Völlig unverfroren. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Ich sollte jetzt gehen. Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Rebellion! Ein Haufen Gold? Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. Rebellion! Bekomme sie was sie verdienen. Angst zu kriegen! Wie? Und... Renrocks Handlinger werden immer für meine Überzeugung entwerfen! Konflikt! Inzent! Inzent! Ich werde dann den Tod rächen! Ein Anhänger weniger, Renrock! Revenio! Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ja! 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 Hey, baby! Das sollte ich untersuchen. Rebellion. Schwindig und brutal. Rebellion. 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 Ich werde dann den Tod erreichen. Ich werde den Tod. 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 Aber ich habe mein Erbstück zurück.